Ein Mädchen, das Stimmen hört, das Heer anführt, das spektakuläre militärische Siege erringt und später als Heilige verehrt wird, aber dessen Leben auf dem Scheiterhaufen endet. Die Rede ist von einer der faszinierendsten Gestalten des Mittelalters, Jeanne d'Arc. Aber was hat es mit der Jungfrau von Orléans, wie sie auch oft genannt wird, auf sich? Warum ist sie noch heute so berühmt und sind das alles nur Legenden? Oder ist wirklich etwas dran an den Geschichten? Das alles schauen wir uns in diesem Video ein bisschen genauer an. Was denkt ihr eigentlich? Ist Jeanne d'Arc für euch auch eine der spannendsten Figuren des Mittelalters oder interessieren euch andere Personen mehr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch noch zu der einen oder anderen Person was machen können. Und eine Frage wäre auch, braucht ihr der Nation vielleicht so einen Heldenmythos oder eben einen Heldinnenmythos in diesem Fall? Auch das gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt schaut euch zunächst mal dieses Bild hier an. Frankreich 1429. Als sich die Tür zu dem Empfangssaal öffnet, drehen sich alle, die hohen und höchsten Herren des königlichen Hofes um und betrachten die junge Frau, die hereintritt. Ein Bauernmädchen, schon ein wenig beeindruckt von der Pracht des Hofstaates, aber trotzdem selbstbewusst. Sie schreite durch die Reihen. Im Saal wird getuschelt und geraunt. Da hält die junge Frau plötzlich inne und wendet den Blick in die Reihe der Versammelten. Recht weit hinten steht ein Mann, auf den sie zugeht. Obwohl sie ihn noch nie gesehen hat und er keine prächtigen Kleider trägt, hat sie ihn als Dauphin erkannt. Als Dauphin wird in Frankreich der Thronfolger bezeichnet. In diesem Fall also der älteste Sohn des Königs von Frankreich. Sie sagt zu ihm, er lauchter Seigneur Dauphée, ich bin gekommen, von Gott geschickt, um Hilfe zu bringen, euch und dem Königreich Frankreich. Die junge Frau ist natürlich Jeanne d'Arc. Sie ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 17 oder 18 Jahre alt. Ein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Und schon zu diesem Zeitpunkt klingt die Geschichte ein bisschen verrückt, oder? Hier steht ein Mädchen vor dem französischen Thronfolger und sagt, sie sei von Gott geschickt. Wie kommt es dazu? Warum glaubt sie, einen göttlichen Auftrag zu haben und wie kann sie Frankreich helfen? Um das zu verstehen, springen wir erst mal noch weiter zurück in der Zeit. Dann könnt ihr später einiges besser verstehen. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Situation Frankreichs zu dieser Zeit. Frankreich befindet sich schon seit 1337, also seit 92 Jahren im sogenannten 100-jährigen Krieg. Dieser Krieg, der übrigens 116 und nicht 100 Jahre dauert, fand in erster Linie zwischen England und Frankreich statt. Wobei es natürlich noch keine Nationalstaaten gab. Es ist also ein Konflikt zwischen dem englischen und dem französischen Königshaus. Auslöser des Konfliktes war, vereinfacht gesagt, dass die englischen Könige Anspruch auf die französische Krone erhoben. Die Details, wer, warum, welchen Anspruch erhob und was genau alles in den Kriegsjahren bisher passiert ist, das lassen wir jetzt hier mal weg. Das wäre Stoff für ein extra Video oder gleich für eine ganze Videoreihe. Wir verkürzen das mal ein bisschen und kommen zu diesem Ergebnis. 1429 hat England inzwischen weite Teile Frankreichs besetzt, inklusive Paris. Die französischen Heere waren in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgedrängt worden und haben Niederlage um Niederlage kassiert. Seit 1428 belagern die Engländer schließlich die Stadt Orléans. In dieser verzweifelten Lage aus der Sicht Frankreichs fällt nun die Geschichte von Jeanne d'Arc. Und wir sind zurück beim Bild. Der Dauphin willigt also ein, das Bauernmädchen zu treffen, das behauptet, von Gott gesandt zu sein, um ihm und Frankreich zu helfen. Ob sich die Szene genauso abgespielt hat, wie wir uns das hier ausgemalt haben, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen genauso wenig, ob er die Geschichte der göttlichen Botschaft glaubt oder einfach nur so verzweifelt ist, dass er jede Hilfe annimmt. Trotzdem wissen wir eine ganze Menge über die Jungfrau von Orléans. Denn gegeben hat es die junge Frau in der Rüstung wirklich. Ihr ganz genaues Geburtsdatum wissen wir zwar nicht, aber sie ist etwa um 1412 als Tochter eines wohlhabenden Bauern geboren worden. In ihrer frühen Kindheit ist der Krieg noch fern. Erst 1428 kommen feindliche Truppen in ihre Heimat. Später erzählt Jeanne zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre Stimmen zu hören. Die Stimmen, die mit ihr sprechen, seien die von heiligen Frauen und des Erzengels Michael. Sie würden ihr den Auftrag geben, das Land von seinen Feinden zu befreien und den Dauphin Charles dabei zu helfen, König von Frankreich zu werden. Mit dem Einmarsch der Truppen sieht Jeanne ihre Zeit gekommen. Sie geht zum königlichen Verwalter der nächstgrößeren Stadt und versucht bei ihm vorzusprechen. Er weist sie zwar mehrfach ab, beim dritten Versuch bekommt sie aber schließlich ihre Audienz. Sie erzählt ihm ihre Geschichte und kann ihn überzeugen, ihr eine Eskorte zum Dauphin Charles VII. zu stellen. Es ist für eine so junge Frau eine nicht ungefährliche Reise, die sie da antritt. Und zu ihrer Sicherheit trägt sie Männerkleider und ein Schwert. Okay, man muss sagen, für uns heute hört sich das alles ziemlich unglaublich an. Ein Mädchen, das behauptet, ein Erzengel gebe ihr Befehle und es wird nicht für verrückt erklärt, sondern sogar vom Dauphin angehört. Gerade im 15. Jahrhundert glauben aber viele Menschen durchaus daran, dass Gottes Kraft oder auch die der Heiligen im allgemeinen Leben Wunder wirken können. Und warum sollte da nicht auch die junge Jeanne göttliche Stimmen hören? Wichtig ist damals vor allem, dass es sich wirklich um himmlische Befehle handelt und nicht etwa um teuflische Einflussnahme. Denn ganz logisch, wenn man himmlische Stimmen hören kann, dann ist es ja theoretisch auch möglich, dass sich mal der Teufel zu Wort meldet. Nachdem Jeanne dem Dauphin ihre Hilfe versprochen hatte, lässt er sie jedenfalls durch Kleriker auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen. Die Verhöre ziehen sich, die Geistlichen finden aber keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Um sicherzugehen, dass sie auch keine Unzucht mit dem Teufel getrieben haben könnte, sollen die Hofdamen außerdem prüfen, ob Jeanne noch Jungfrau ist. Wie die Prüfung ausgegangen ist, könnt ihr euch denken. Denn Jeanne wird ja auch als Jungfrau von Orléans bezeichnet. Charles und der Hofstaat setzen auf jeden Fall ihre Hoffnung in diese Frau. Sie wird in eine Rüstung gesteckt. Als sie zusammen mit einer kleinen Armee nach Orléans reitet, eilt ihr ihr Ruf bereits voraus. Die Menschen hören von der von Gott entsandten Jungfrau, die sie retten werde. Die militärischen Befehlshaber sind allerdings nicht so begeistert, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass das ausgerechnet eine junge Frau ist, die da geschickt wird, die ja außer einem göttlichen Befehl nicht gerade auf eine lange militärische Karriere zurückblicken kann. Sie erwarten zwar, dass Jeanne die Moral der Truppen heben könnte, dass sie ihnen neuen Kampfgeist einflößt. Aber sie sind nur wenig begeistert, dass eine junge Frau, noch dazu eine bürgerliche, ihnen sagen will, wie man Krieg zu führen hat. Denn Jeanne beschränkt sich nicht darauf, die Truppen zu ermahnen, zu beichten und zu beten. Sie stürzt sich in den Kampf um die Befreiung von Orléans und wird auch gleich verwundet. Aber anstatt sich zurückzuziehen, wie der Oberbefehlshaber es will, stürzt sie sich gleich wieder in den Kampf. Ihre Tapferkeit spornt die Truppen an und die erste Bastion wird genommen. Die Engländer, die jetzt gegen eine Gottgesandte kämpfen sollen, ziehen sich zurück. Jetzt hat Jeanne ihr Versprechen wahrgemacht. Orléans ist befreit und damit die anhaltende Siegesserie der Engländer gebrochen. Aus allen Teilen Frankreichs stürmen jetzt Männer heran, um das Heer des Tauphins zu verstärken. Auch ganz einfache Leute schließen sich an. Jeanne übernimmt die Führung des weiteren Feldzuges. Sie wird getragen von einer Welle der Begeisterung und sie entscheidet wie ein General. Auf dem Weg nach Reims, wo traditionell die französischen Könige gekrönt werden, werden weitere Siege gegen die Engländer errungen. Es gibt in Frankreich also einen richtigen Hype, kann man sagen, um diese Jungfrau, die Orléans befreit hat. Sie wird so berühmt und so wichtig für Charles, dass sie während seiner Krönung zum König sogar neben dem Hochaltar stehen darf. Ohne Jeanne wäre dieser Moment wohl auch nicht möglich gewesen. Und das weiß der neue König vermutlich. Als einfache Frau aus dem Volk, Jeanne d'Arc, verkörpert das Volk, das treu und gläubig das schier Unmögliche möglich macht. Auch das festigt den Mythos um ihre Person. Als der Feldzug weitergeht, schließen sich immer mehr Menschen der wundersamen Jungfrau an. Aber ihr Glück oder ihr Erfolg hält nicht ewig. Jeanne muss zwei kleinere militärische Niederlagen einstecken und wird durch einen Armbrustbolzen am Bein verletzt. Das Image der unbesiegbaren Jungfrau beginnt zu bröckeln. Ende Mai 1430 wird sie schließlich von burgundischen Truppen festgenommen und das Blatt wendet sich endgültig. Sie wird an die Engländer ausgeliefert und die haben mit der Frau, die ihnen vorher so empfindliche Niederlagen beigebracht hat, noch ein Hühnchen zu rupfen. Ab Februar 1431 wird ihr in Rouen der Prozess gemacht. Rouen ist ganz im Nordwesten des heutigen Frankreichs und zu diesem Zeitpunkt noch das Machtzentrum der englischen Truppen auf dem Kontinent. Der Prozess ist als Inquisitionsprozess vorgesehen, denn das Ziel der Engländer ist es, sie zur Ketzerin erklären zu lassen. Ihr wird Heresie vorgeworfen, also der Abfall vom richtigen Glauben. Einen Verteidiger lehnt Jeanne strikt ab. Sie will sich selbst verteidigen. Ihr werden verschiedene Dinge vorgeworfen, zum Beispiel, dass sie Männerkleidung trägt oder Zauberpraktiken ausübt. Erst sechs Wochen nach Prozesseröffnung darf Jeanne erstmals mit den Richtern sprechen. Die erwarten ein ungebildetes Mädchen und werden ziemlich überrascht. Ihnen gegenüber steht eine selbstbewusste junge Frau, die auch ohne Verteidiger mit viel rhetorischem Geschick diskutiert. Sie ist keineswegs eingeschüchtert von den Richtern, sondern beeindruckend schlagfertig. Die Prozessakten sind vollständig erhalten und ziemlich lesenswert. Immer wieder stellt sie die Autorität der geistlichen Richter in Frage, wenn sie zum Beispiel sagt, ich glaube wohl an die Kirche hier auf Erden, aber für meine Taten und meine Worte verlasse und berufe ich mich auf Gott. Sie warnt den Richter sogar, dass er sich in Gefahr begebe, wenn er ihr den Prozess mache, weil Gott ihn dafür bestrafen könne. Aber was uns heute vielleicht beeindruckt, hat die Richter damals ziemlich aufgebracht. Was sie sich denn erlaubt, es ist vor allem ein politischer Prozess, der unbedingt mit einer Verurteilung enden soll. Es geht wie so oft letztendlich um Macht. Jeanne d'Arc hat in vielfacher Hinsicht wohl die Ordnung, nicht nur die göttliche Ordnung, ihrer Zeit gestört. Ihr werden die Worte im Mund herumgedreht und die Richter bescheinigen ihr eine Überheblichkeit, die mit der Demut des Glaubens nicht verträglich sei. Ein weiteres Indiz für ihre Heressie, wie sie meinen. Der Prozess zieht sich über Monate und ihre Haftbedingungen sind grausam. Die meiste Zeit trägt Jeanne eiserne Fußfesseln. Von ihren Bewachern wird sie teils misshandelt und nachts wird sie auf ihr Bett gefesselt. Ihre schlagfertige Verteidigung hilft ihr nicht. Sie wird als Ketzerin zum Tode verurteilt. Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aus Angst, ihre Überreste könnten von den Franzosen als Reliquie verehrt werden, lässt man ihre Asche in die Seen streuen. Charles VII. gibt zu Jeannes Tod niemals eine Stellungnahme ab. Ob er das mit taktischem Kalkül oder nicht macht, bleibt bis heute unklar. Am Ende hat der Mann, der ihr so viel zu verdanken hat, sie jedenfalls hängen lassen, als sie militärisch nicht mehr so erfolgreich war. In den 20 Jahren nach ihrem Tod besiegt Charles VII. die Engländer. Damit ist der Weg zum französischen Nationalstaat geebnet. Und darauf begründet sich auch ihre Bedeutung. Jeanne d'Arc bleibt weit über ihren Tod hinaus eine Berühmtheit. Sie wird verehrt und später sogar heilig gesprochen. Die Gestalt des Bauernmädchens, das Frankreich auf dem Schlachtfeld heldenhaft zum Sieg verholfen hat, ist zu einem französischen Nationalmythos geworden. Unzählige Romane und Theaterstücke werden über sie geschrieben und verklärende Bilder der französischen Nationalheiligen gemalt. Am Ende ist natürlich ganz klar, dass offen bleibt, wie das nun wirklich mit den himmlischen Stimmen war. Vielleicht hat sie sich auch einfach nur eingebildet, dass da jemand mit ihr spricht. Oder sie hat ehrlich daran geglaubt. Oder das einfach als Taktik genommen, um weitere Dinge zu erreichen. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht habt ihr dazu auch eine Idee, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr noch ein Video über die Kreuzzüge und direkt darunter ein Video der Kollegen von Terra X über Hexenverfolgung. Spielt bei diesem Thema ja immer wieder auch eine Rolle. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. weil es nicht Hach Deutsch ist, oder wie ein Dschuch che chama, Vielen Dank.